wir haben sie wieder die beiden schätze ganz so können wir richtig pickpolen kommen wir sind wieder vereint vereinte kräfte da sind noch mobs kommen alle wo ist denn der hin was ist denn mit dem los wo willst du denn hin wir hätten ihn darunter geschubst wer war das von euch hallo tut mir leid wurde ich wollte dich eigentlich looten da kommt ein kollege spring auf ihn spring auf ihn verpasst ja wir sehen uns der tank hat ihm einfach ein beinchen gestellt was ist denn mit dem er auf dem berg geklettert hoch er ist okay moment moment er klettert junge richtiger kletterprofi hier können wir er kommt erst böse jetzt da ist er wieder der lässt sich gar nichts gefallen hier mal jetzt er ist richtig böse hier enraged da enraged damage done increased by 50% jetzt rascht er auch noch rein da ist er hier habt niemanden vergessen ok jetzt sind wir gestolpert er ist ja keiner mehr eine keiner hat mehr respekt vor dem bodi du hast jetzt komplett verkackt der du dann gar kein joh was passiert mit dem das gar kein bock mehr wer schubst denn die ganze Zeit runter guck mal der hat gar kein thema mehr hier was ist mit dem ich verfolge den noch von da hinten hin er macht sich immer bufft sich enrage stellt sich hin wie u10 volt 321 und stolper wieder 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6